Maschinengewehr bleibt da und wasch hat mich nicht angegriffen dann werde ich mal so ganz dreist sein mir Kohle schnappen und wieder zurück also nicht schnappen mir gehört er dann nicht aber ihm dann auch nicht mehr er kann kein kohle mehr hier ausschöpfen und hat somit weniger produktion so einheit benötigt befehle artillerie oder ist eine besucher ist das eine fernkampfeinheit nein oder nein sonst würde hier stehen dass ich schaden bekomme aber besucher sind schon heftig ich kann nicht angreifen ich kann nicht angreifen ok verdammte scheiße ich muss auch diese einheit hier zerstören weil das geht mir einfach am keks dass ich das nicht angreifen kann ist mir ein rätsel micker so du kannst nix machen wir lieber so ein bisschen gott plündern damit er keins bekommt Bereitschaft und nächste Runde ja jetzt sie ist in der stadt toll eine neue eine einheit von sidon gut dann muss ich mich mit einem wieder zurück der feind wurde bei der stadt laut gesicht und und in linz da muss ich also angreifen lufttransport ab nach linz hier kann ich jetzt keine lufttransport noch weil hier jetzt alle felder belegt sind so in linz produzieren wir verdammt dann 17 runden aber ich brauche sie moment jetzt mal infanterie weg von hier und nicht so nah an der küste an diese küste vielleicht weil hier sind keine schiffe eigentlich findet die artillerie natürlich erst mal gegen städte und der artillerie könnte jetzt mal ein fernangriff auf das schiff machen damit dieses schon einmal geschwächt ist und linz dann noch nachfeuern diese bärbe kavallerie geht mir schon ziemlich am sack also ich habe so viele davon und ich weiß nicht was ich mit denen tun soll weil sie eigentlich doch schwach sind deswegen werde ich sie mal was ja trotzdem angreifen weil hauptsache geschwächt ich habe einfach keinen platz für diese kammer könnte ich eigentlich machen wir bis die anderen bombe fertig sind hier zumindest mal den besucher fertig hatte ich habe jetzt schon mit drei einheiten auf die rein getroschen und trotzdem gehen die einfach nicht dauerung eine einheit befördern genauigkeit städte geh schon mal hierhin wer darf jetzt nicht keine ahnung das hat die energie bekommen das sieht schlechter schlecht aus für linz und kommando zurück mit den dorthin bewegen muss jetzt die schiefe hier zerstören mit der artillerie und mit dem bomber wie weit sie auch schießen können mit denen schiefe ein schieft macht ihn nichts aber egal jetzt sind sie da aber ich bin jetzt in der nähe von almati und ich hoffe dass die mir nicht auf den sack gehen so bomber auf das schiff auch wenn das er auf städte zerstörung aus ist ich muss die schiffe weg bekommen so infanterie los ja keine ahnung wieder prag geld ist jetzt wichtig damit wir auch einheiten kaufen können so ja ja was machen wir hier ähm artillerie so viel artillerie wie möglich am liebsten würde ich ja jetzt mit maschinengewehr hier nach unten ziehen aber dann wohl hier müsste mich wahrscheinlich erwischen nächste runde hier die die hier die schmerz das ging ja in shanghai ist eine große stadt ja komm schon welche einheit war das ein meiner bautrupp eine neue einheit habe ich bekommen wieder es musste jetzt muss man bautrupp hier in peking halt machen weil ich frei wollte von vancouver diesen weg versperren das ist natürlich nicht so schön so gehst mal wieder hier zurück und teils dich das nächste auf was ist das unweg haben ebene also offen und attacke oder nein machen wir erst plündern und dann attacke in wien auf dem sack zerstören wie ihm zumindest mal den archäologen die ausgaben artillerie hierauf falsche jäger die habe ich bekommen offen kannst du gleich mal lufttransport hierüber machen denn du kannst ein fernkraft fern angriff auf die wer sind sie flügel muss anmachen bekommst wenig so ein bisschen dann noch mal hier runter was wollte ich hier weiß ich gar nicht mehr ach nee nicht hier sondern hier artillerie schiff bämm start geht sich nicht ganz aus bämm schade und jetzt muss ich mit dem bomber angreifen eigentlich wollte ich in der anfang zum heilen beziehung schade ja bereitschaft bereitschaft ich will noch nicht weiter vorrücken bis ich nicht genug artillerie und bomben habe bomber habe so die logie das es brauche ich nicht mehr so lange um einheiten auszubilden und sie bekommen mehr erfahrung wenn sie ausgebildet werden das ist nice ok hier sind dann schon die nächsten artillerie geschütze am start das heißt eigentlich könnte ich schon mal versuchen warschau anzugreifen weil ich habe genug artillerie geschütze ich bringe sie dann jetzt nur noch in position versuchen wir mal wahrscheinlich zu nehmen auch wenn mit 155 verteidigung das extrem langwierig wird Bereitschaft nächste Runde vielleicht sollte ich auch Peking mal einnehmen wäre vielleicht klüger ja okay gehen wir mal auf Peking weil wir haben jetzt nicht so viel verteidigung kann ich praktisch schon mal austesten wie das wird Shanghai fällt auch gleich aber so erstmal einheiten befördern öffnen städte öffnen städte Lufttransport wird nicht funktionieren, weil hier mehr als genug gegnerische, ah, gegnerische, eigene Einheiten natürlich den Weg versperren. Machen wir einen Fallschirmsprung, und zwar machen wir mal hierher. Am besten gehen die Werberkavalerien schon mal vor, und gehen denen mal auf den Keks. Machen wir Plündern, Bäm, Bereitschaft, äh, hierher. Ein paar, können, können schon hierbleiben, damit ich hier eine Verteidigung habe, gegen Warschau. So, dann noch die hier, zerstören. Machtbereitschaft. Oh, gegen Städte 3. Sehr schön, aber heilen. So, die geht auch mal hierher. Artillerie, Lufttransport. Leute, das sieht gut aus. Okay. Geh, du mal vorsichtshalber hierher. Du heilst dich. Du heilst dich.